Normalerweise hole ich den Kleinen mit dem Auto aus der Käthe, auch wenn es nur fünf Minuten Fahrt sind, aber der Kleine liebt den Cayenne. Nicht wahr, Finn-Louis? Nachher geht es noch zum Kinder-Yoga. Ashtanga! Ich bin ja so froh, dass wir unseren Spielplatz jetzt endlich wieder privatisiert haben. Ich meine, es war noch Baustelle, aber gehört uns bald wieder ganz allein. Gell, Finn-Louis? Das ist schon wichtig, der Umgang, auch im Sandkasten. Ich meine, es geht ja gar nicht, dass ihr hinzucht könnt. Das glaube ich jetzt nicht. Hallo, das ist Privatgelände. Hello, it's private here, yes? Das ist genau das, was ich meine. Einfach alles mitbenutzen, was die anderen hinstellen. Wir engagieren uns in unserem Kiez. Nächste Woche sind hier Schlösser dran. Ich meine, ich liebe mittlerweile Berlin, aber die Stadt braucht mal echte Strukturen.